ich habe heute eine ganz ganz tolle idee gesehen bei einer anderen bei einer anderen youtuberin und zwar werde ich den kanal auf jeden fall in der infobox verlinkt sie heißt glücks knoten glaube ich sagen aber ich werde sie auf jeden fall verlinkt und zwar macht sie fight taschen aus papiertüten und das ist so eine geniale idee ich war so begeistert heute von diesem video und habe mir aber gedacht was mache ich denn wenn ich jetzt keine tüte da habe also muss es ja auch anders gehen ohne tüte und da ist das entstanden das ist jetzt nur ein umschlag sie macht direkt fight taschen aus papier töten aus ganz ganz normalen papier töten ich habe jetzt nur ein umschlag gemacht aber mit zwei fächern aber man kann das natürlich auch fight taschen draus machen und wie das ich das gemacht habe zeige ich euch jetzt also viel spaß beim video und ich würde mich über den daumen nach oben freuen und einen kommentar so und zwar brauchen wir nur ganz einfaches glatt und dabei ist die größe völlig egal solange es rechteckig ist kann man also auch aus einer buchseite machen wenn die seite groß genug ist und zwar geht es wirklich so einfach man braucht einfach eine klebefläche und zwar sollten die das muss ich wieder ein bisschen raus und zwar falten jetzt das blatt einfach so dass eine klebekante entsteht also wir überlappen die blätter etwas und dabei könnt ihr auch schon die größe bestimmen wenn ihr eben einen kleinen möchte oder man braucht eben so viel kante dass man es wirklich gut zusammengleben kann und haltet dann einfach das blatt und dann kleben wir das erstmal zusammen sollte ich sagen auf der kante und das mache ich jetzt ich habe das jetzt zu einem schlauch sozusagen geklebt und jetzt halten wir gucken ob ich wieder gesehen werde dass wir noch eine umklack lasche haben also und das finde ich wirklich praktisch also diese idee ist einfach so toll und jetzt machen wir unsere typische tütenform also den boden der ja eigentlich zu unserem zu unserer lasche wird fragen jetzt die ecken einfach an diese entstandenen linie das müssen wir wirklich gut halten weil es erklärt sich gleich und dann richten wir uns nämlich einfach nach der entstandenen linie und falten die ecken rum und warum man das so gut falten muss erklärt sich jetzt jetzt klappen wir das nämlich wieder auf und klappen die ecken nach innen und da ist empfiehlt es sich wirklich gut zu falten und da haben wir unsere entstandene lasche und ich habe nicht gut gefaltet aber das kann ja noch mal ein bisschen ausbessern also nicht so schlimm wird ja eh noch beklebt so und das ist eigentlich schon der ganze zauber das kleben wir dann zusammen und ich habe ja jetzt zum beispiel wenn man nur einen umschlag machen will ich habe das jetzt mit einem klebestreifen gelöst das ist von jang jana seine freundin und habe da auch noch ein täschchen vorne dran gemacht und passende tags dazu und da sind ja zwei taschen entstanden ich weiß nicht ob man das sehen kann und wenn man jetzt eine faltasche zum beispiel draus machen möchte dann hält man sich einfach an das video der youtuberin ist in der infobox auf jeden fall verlinkt und das will ich ihr auch nicht vorne weg nehmen weil das ihre idee ist und ich wollte sie nicht klauen ich wollte nur eine weitere möglichkeit zeigen wenn man mal gerade keinen umschlag zur hand hat oder man einen kleinen umschlag machen will weil das lässt sich nämlich glaube ich auch perfekt mit buchseiten machen und dann kann man so ganz kleine umschläge machen und ich fand diese idee einfach so toll und wollte nur eine weitere möglichkeit bieten und ich bin begeistert weil ja es ist schön für ein junk journal und man kann es verkleiden wie man möchte wie ich zum beispiel mit buchseiten oder wie sie das in ihrem video zeigt mit designpapier was wunderschön geworden ist also props an sie ich fand es so wunderschön und war so begeistert dass ich heute wirklich gegrübelt habe wie ich das lösen kann das problem dass ich keine keine tüte zur hand habe und ich hoffe jedenfalls das video hat euch geholfen vielleicht und gefallen und ich würde mich über einen kommentar freuen auf jeden fall und schaut mal bei ihr vorbei sie macht ganz ganz tolle videos wenn euch das thema basteln und junk journaling interessiert dann seid ihr da auf jeden fall gut aufgehoben sie macht ganz ganz tolle videos und hauls und sehr zu empfehlen auf jeden fall ich wünsche euch noch einen schönen abend einen schönen tag eine gute nacht wie auch immer und bis zum nächsten mal abend ein Vielen Dank.